Magisterium. Der Weg ins Labyrinth. Von Holly Black und Cassandra Clare. Es liest Oliver Rohrbeck. Der Weg ins Labyrinth. Mit eigenen Händen, sodass er sich an den selbstgemachten Griffen nach oben hangeln konnte. Als er auf halber Höhe die Höhle erreicht hatte, war er halb erfroren und vollkommen erschöpft. Alistair Hunt hiefte sich keuchend über den Rand und verfluchte sich, weil er nicht ergekommen war und sich derart hatte täuschen lassen. Die Einwohner von La Riconada hatten die Explosion gesehen und im Flüsterton gerätselt, was es zu bedeuten hatte, dieses Feuer im Eis. Feuer im Eis. Es musste ein Notsignal sein. Oder sie waren angegriffen worden. In der Höhle waren nur Magier untergekommen, die zu alt oder zu jung zum Kämpfen waren. Verwundete und Kranke. Mütter, die ihre kleinen Kinder nicht allein lassen konnten. Wie Alistairs Frau mit ihrem Sohn. Sie hatten sich dort versteckt. An einem der entlegensten Orte der Welt. Master Rufus hatte darauf bestanden, weil sie sonst zu angreifbar waren. Geiseln des Schicksals. Und Alistair hatte ihm vertraut. Erst als der Feind des Todes nicht auf dem Schlachtfeld erschienen war, um sich dem Makarmädchen zu stellen, auf das sie alle ihre Hoffnungen gesetzt hatten, war Alistair klar geworden, dass etwas nicht stimmte. So schnell er konnte, war er nach Lariconada zurückgekehrt und hatte fast die gesamte Strecke auf dem Rücken eines Luftelementariers zurückgelegt. Lass es ihnen gut gehen, dachte er beim Betreten der Höhle. Eigentlich hätte man das Weinen von Kleinkindern hören müssen oder das Wispern nervöser Gespräche und das Summen unterdrückter Magie. Stattdessen heulte nur der Wind, der um den trostlosen Gipfel fegte. Die Höhlenwände glühten unheimlich phosphoriszierend. Weiter entfernt vom Eingang war das die einzige Lichtquelle. Was vielleicht erklärte, warum Alistair die erste Leiche erst bemerkte, als er über sie stolperte und beinahe hingefallen wäre. Mit einem lauten Aufschrei wich er zurück und zuckte zusammen, als ihm das Echo um die Ohren flog. Allmählich solltest du dich an den Tod gewöhnt haben, ermahnte er sich. Seit zehn Jahren lagen sie nun schon im Krieg mit dem Feind und es fühlte sich wie ein Jahrhundert an. Erst war es ganz und gar unmöglich erschienen, dass ein junger Mann, auch wenn er zu den Makaris zählte, den Tod selbst besiegen wollte. Doch je mehr Macht der Feind an sich gerissen hatte, je stärker seine Armee aus Chaosbesessenen geworden war, umso fürchterlicher hatte die Bedrohung über ihn gehangen. Und im erbarmungslosen Abschlachten der Hilflosesten, der Unschuldigsten ihren Höhepunkt erreicht. Alistair zwang sich, die Leichen älterer Lehrer aus dem Magisterium und dem Kollegium liegen zu lassen. Zwischen ihnen lagen die dahingestreckten Chaosbesessenen, deren Wandelaugen für immer erloschen waren. Obwohl sie überrumpelt worden waren, hatten die Magier offenbar bis zum Letzten gekämpft und die feindlichen Truppen empfindlich geschwächt. Vor Entsetzen drehte sich Alistairs Magen um. Seine Finger und Zehen waren taub und doch wankte er weiter, bis er sie sah. Sarah. Sie lag im hintersten Winkel der Höhle an einer nebligen Eiswand. Ihre offenen Augen starrten ins Leere, die Iris trüb, raureif in den Wimpern. Alistair bückte sich und strich über ihre kalte Wange. Sein Schluchzen zerriss die Luft. Doch wo war sein Sohn? Wo war Callum? Sarah hielt einen Dolch in der rechten Hand. Sie hatte es im Schmieden des Eisens, das aus den Tiefen der Erde kam, zu großer Meisterschaft gebracht. Diesen Dolch hatte sie in ihrem letzten Schuljahr im Magisterium selbst angefertigt. Er hatte einen Namen. Semiramis. Ein Schrei ließ ihn herumfahren. In dieser Höhle des Todes und der Grabesstille. Ein Schrei. Ein Kind. Alistair drehte sich um und ließ verzweifelt den Blick schweifen. Es hörte sich an, als läge das Kind mit dem dünnen Stimmchen näher am Eingang der Höhle. Er lief zurück, wankte über die Leichen, die zu starren Statuen gefroren waren, bis er in dem Gemetzel noch ein bekanntes Gesicht entdeckte. Declan, Sarahs Bruder, war in der letzten Schlacht verwundet worden. Anscheinend war er an besonders grausamer Luftmagie erstickt. Sein Gesicht war blau angelaufen, die Augen rot, weil die Adern geplatzt waren. Unter seinem ausgestreckten linken Arm lag Alistairs winziger Sohn. Eine Wolldecke schützte ihn vor dem Eis. Wie in Trance und vor Erleichterung zitternd bückte sich Alistair und nahm das Kind auf den Arm. Sein Sohn sah mit aufgerissenen grauen Augen zu ihm hoch und schrie. Als die Wolldecke zu Boden fiel, begriff Alistair auch warum. Das linke Bein des Babys hing in einem scheußlichen Winkel wie ein abgebrochener Ast herunter. Alistair rief die Erdmagie zu Hilfe, um sein Kind zu heilen, doch ihm blieb gerade noch genug Kraft, um ihm die Schmerzen zu nehmen. Mit klopfendem Herzen wickelte er seinen Sohn wieder in die Wolldecke und ging noch einmal zu Sarah zurück. Er hielt ihr das Baby hin, als könnte sie es sehen, und ging neben ihrer Leiche in die Knie. Ihre starren Augen waren bleich und ausdruckslos. Er drückte das Kind fester an sich und nahm ihr Semiramis aus der Hand. Plötzlich fiel ihm auf, dass das Eis neben ihrer Hand sonderbar gemustert war, als hätte sie sterbend darauf eingestochen. Als er die Inschrift verstand, waren es drei harte Schläge in den Magen. Tötet das Kind. Callum Hunt war an seinem kleinen Wohnort in North Carolina Stadt bekannt, was in diesem Fall nichts Gutes verhieß. Er war berüchtigt dafür, Vertretungslehrer mit ironischen Kommentaren rauszuekeln und Schulleiter, Aufsichtsschüler sowie die Damen von der Essensausgabe gleichermaßen zu ärgern. Kelts mürrische Miene, sein unordentliches schwarzes Haar und die misstrauischen grauen Augen waren auch seinen Nachbarn wohlbekannt. Er fuhr gerne Skateboard, obwohl es eine Weile gedauert hatte, bis er es rausgehabt hatte. Von seinen ersten Versuchen zeugten noch Dellen in einigen Autos. Sogar der Bürgermeister kannte ihn. Es wäre auch schwer gewesen, ihn zu vergessen, nachdem er sich während der Parade am 1. Mai an dem Verkäufer des Tiergeschäfts vorbeigedrückt und einen Nacktmull mitgenommen hatte, der eigentlich an eine Boa-Konstriktor verfüttert werden sollte. Das blinde, rungslige Tier hatte ihm leidgetan, weil es sich nicht wehren konnte. Gerechterweise sollte erwähnt werden, dass er auch die weißen Mäuse befreit hatte, die als nächste auf der Speisekarte der Schlange gelandet wären. Kel hätte nie gedacht, dass die Mäuse zwischen den Beinen der Paradeteilnehmer Amok laufen würden. Doch Mäuse sind nicht sonderlich schlau. Er hätte allerdings auch nicht erwartet, dass die Zuschauer vor den Mäusen flüchten würden, aber auch die Menschen sind nicht die schlauesten, wie sein Vater ihm später erklärt hatte. Es war nicht Kelts Schuld, dass die Parade danach vorbei war, doch alle, vor allem der Bürgermeister, taten so. Und dann hatte Kelts Vater ihn auch noch gezwungen, den Nacktmull zurückzugeben. Kelts Vater hielt nichts vom Stählen. Seiner Meinung nach war es fast so schlimm wie Magie. Callum zappelte auf dem harten Stuhl vor dem Sekretariat und fragte sich, ob er am nächsten Tag noch zur Schule gehen und ob ihn andernfalls überhaupt jemand vermissen würde. Unaufhörlich ging er die verschiedenen Methoden durch, mit deren Hilfe er durch die Magierprüfung rasseln wollte. Am besten so spektakulär wie möglich. Sein Vater hatte seine Ratschläge gebetsmühlenartig wiederholt. Denk an gar nichts oder konzentrier dich auf das Gegenteil dessen, was diese Ungeheuer von dir verlangen. Kel rieb sein Schienbein, das schon den ganzen Morgen krampfte und wehtat. So war das manchmal. Weiter vorne im Gang hörte er die anderen Schüler, deren Turnschuhe im Sportunterricht auf dem polierten Holzboden quietschten und die sich lauthals gegenseitig herausforderten. Kel wünschte, er dürfte nur ein einziges Mal mitspielen. Wegen seines Beins hatte er ein Attest für den Sportunterricht und schon in der Grundschule war sofort ein Lehrer herbeigeeilt, sobald er in der Pause rennen, springen oder klettern wollte. Als gäbe es nichts Schlimmeres als ein paar blaue Flecke. Als könnte es seinem Bein noch schlechter gehen. Seufzend starrte Kel durch die Glastüren der Schule auf den Parkplatz, wo sein Vater gleich vorfahren würde. Sein Auto konnte man nicht verfehlen. Er fuhr einen silbern glänzenden Rolls-Royce Phantom von 1937. So etwas gab es in der ganzen Stadt nur einmal. Kelts Vater betrieb das Antiquitätengeschäft Now and Again auf der Main Street und konnte sich nichts Schöneres vorstellen, als kaputte Dinge anzunehmen und ihnen neuen Glanz zu verleihen. Der Rolls-Royce hielt sich prächtig. Ganz im Gegensatz zu Kel. Er betrachtete seine Sneakers, mit denen er auf den Fußboden tippte. Wenn er wie heute Jeans trug, fiel es nicht auf, dass mit seinem Bein etwas nicht stimmte. Doch sobald er aufstand und den ersten Schritt machte, war es nicht mehr zu übersehen. Als er jünger war, hatte er oft Pirat gespielt oder sich als tapferen Seemann mit Holzbein ausgegeben, der nach einem langen Kanonengefecht mit dem sinkenden Schiff unterging. Jetzt hörte er einen brummenden Motor und stand auf. Doch dann setzte er sich ärgerlich wieder hin. Es war doch nicht sein Dad, nur ein blöder, roter Toyota. Kurz darauf eilte Kylie Miles, die auch in seiner Stufe war, in Begleitung einer Lehrerin an ihm vorbei. Viel Glück bei deinem Ballettcasting, sagte Mrs. Kemal zu Kylie und machte sich wieder auf den Weg in den Klassenraum. Danke, erwiderte Kylie und warf Kel einen komischen, irgendwie abschätzigen Blick zu. Normalerweise würdigte Kylie ihn keines Blickes. Fuhr sie etwa auch dorthin? Unmöglich, dass sie auch an der eisernen Prüfung teilnahm. Und wenn doch? In diesem Augenblick fuhr Kells Dad mit quietschenden Bremsen vor der Schule vor, sodass Kel Kylie nicht mehr sehen konnte. Kel betrachtete die Bäume, an denen sie vorbeifuhren, mit ihren Blättern, die sich gerade gelb färbten, und rief sich ins Gedächtnis, was er über das Magisterium wusste. Als sein Vater erstmals über die Lehrer und die Art, wie sie ihre Lehrlinge aussuchten, gesprochen hatte, musste Kel in seinem Arbeitszimmer in einem der großen Ledersessel sitzen. Außerdem war sein Vater so ernst gewesen, dass Kel es mit der Angst bekommen hatte. Und so hatte er auch mit ihm geredet. Als würde er Kel gleich mitteilen müssen, dass er eine bösartige Krankheit hatte. Wie sich herausgestellt hatte, handelte es sich bei der Krankheit um mögliche magische Fähigkeiten. Kel hatte sich bei dieser Rede seines Vaters im Sessel ganz klein gemacht. Er war es gewohnt, gehänselt zu werden, weil andere Kinder ihn wegen seines Beins für eine gute Zielscheibe hielten. Normalerweise konnte er sie schnell vom Gegenteil überzeugen. An diesem Tag waren es jedoch ältere Jungen gewesen, die ihn auf dem Heimweg hinter den Schuppen in der Nähe des Klettergerüsts gedrängt hatten. Wie üblich hatten sie ihn herumgeschubst und beleidigt. Kurz darauf hatten sie ihn niedergerungen. Einer saß auf seinen Knien, ein anderer schlug ihm ins Gesicht und forderte, er solle sich entschuldigen und zugeben, ein behinderter Spasti zu sein. »Tut mir leid, dass ich so toll bin, ihr Loser«, hatte Kel gesagt und war in Ohnmacht gefallen. Er konnte nur ungefähr eine Minute bewusstlos gewesen sein, denn als er die Augen wieder aufschlug, sah er noch, wie die Jungen davonliefen. Er hätte nicht gedacht, dass seine Bemerkung eine derart durchschlagende Wirkung haben würde. Bei näherem Hinsehen stellte Kel fest, dass der Asphalt auf dem Spielplatz gesprungen war. Ein langer Riss führte von den Schaukeln zur Schuppenwand und spaltete das niedrige Gebäude. Kel lag genau in der Mitte dessen, was wie ein Mini-Erdbeben aussah. So etwas Fantastisches hatte er noch nie erlebt. Sein Vater war anderer Meinung. »Magie wird vererbt«, erklärte er. »Nicht an alle, aber dich hat es anscheinend getroffen. Leider. Es tut mir schrecklich leid, Kel.« »Soll das heißen, dass ich den Boden aufgerissen habe?« Kel war hin und her gerissen zwischen Freude und Entsetzen. Doch die Freude überwog. Er merkte, wie er lächelte und ließ es gleich wieder sein. »Das tun Magier also?« »Magier bedienen sich der Elemente. Erde, Luft, Wasser, Feuer. Sogar des Nichts, das die Quelle der mächtigsten und schlimmsten Magie, der Chaos-Magie ist. Magier nutzen ihre Fähigkeiten für alle möglichen Dinge. Zum Beispiel eben auch dazu, die Erde selbst aufzureißen, so wie du es getan hast.« Sein Vater hatte diese Erklärung mit einem Nicken betont. »Anfangs, wenn die Magie einsetzt, ist sie sehr intensiv. Rohe Kräfte. Doch mit Balance bekommt man seine magischen Fähigkeiten in den Griff. Man muss sehr viel lernen, um so viel Macht zu erlangen wie ein neu erweckter Magier. Aber jungen Magiern fehlt es eben auch noch an Kontrolle. Du musst dagegen ankämpfen, Kel. Du darfst deine Magie nie wieder nutzen. Sonst verschleppen die Magier dich in ihre Tunnel. »Liegt da diese Schule? Ist das Magisterium unterirdisch?« hatte Kel gefragt. »In der Erde vergraben, wo es niemand finden kann?« hatte sein Vater verbissen geantwortet. »Da unten gibt es kein Licht, keine Fenster. Das Ganze ist ein Labyrinth. Man kann sich in den Höhlen verlaufen und sterben, ohne dass es jemand merkt.« Kel leckte seine Lippen, die plötzlich trocken waren. »Aber du bist doch auch ein Magier, nicht wahr?« »Ich habe der Magie abgeschworen, als deine Mutter gestorben ist.«